Was ist Nachhaltigkeit? Eine ausgediente Platte, zerschnitten für ein Plakat. Aus der großen Platte eine kleine Platte geschnitten für ein Plakat. Die kleine Platte beklebt mit dem Plakat, sechster hessischer Tag der Nachhaltigkeit. Zwei Kleiderstangen aus einem Schrank als Haltevorrichtung für das Plakat. Das fertige Plakat, aufgehangen mit ausgedienten Kleiderstangen. Hallo, hier ist Reparaturservice für einen guten Zweck. Heute wollen wir ein Rasierapparat reparieren, der mir gebracht worden ist mit Kabelbruch. Dieses werde ich reparieren, damit wir diesen Apparat wieder gebrauchen können. So, ich habe erst mal das Kabel durchtrennt, aber zwei verschiedene Längen gelassen, damit wir nachher wissen, wo wir es wieder anschließen müssen. Jetzt werde ich dieses Teil aufschneiden und das Kabel freilegen. Jetzt habe ich die beiden Kabelenden freigeschnitten. Jetzt mache ich auch die Isolation weg. Einkürzen. Einkürzen. Vielen Dank. Das Schunftloch deckt nachher die Lötstellen ab, bis der Lötkommen ist. Jetzt kommt der Schunftloch jetzt rüber. Jetzt testen wir erstmal bevor wir schunften. Jetzt schrumpfen wir nochmal. Somit haben wir das Kabel repariert. Jetzt machen wir nochmal eine Funktionsprüfung. Und schon funktioniert wieder. Das ist Reperturservice für einen guten Zweck. 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 Das ist Reperturservice für einen guten Zweck.